Ich würde heute zu gerne noch damit fertig werden, wenigstens mit dem Kotflügel. Nun kloppen Sie schon acht Haare an den Euren Kauer rum. Und was wird denn nun mit unserem Auto? Runter, bitte, Dink hier. Sie sind zu jutmütig, Doktor. Das wird ausgenutzt. Frau Agnes, was man verschuldet hat, das muss man auch wieder in Ordnung bringen. Und das hier war meine Schuld. Nur meine. Ach, warum parkt Sie denn noch auf Ihrem Platz? Außerdem gibt es für sowas Werkstätten. Die werden dafür bezahlt. Nun lang nur mal zu, Ihr Tee wird kalt. Danke. Ob Sie von der überhaupt ein Dankeschenk kriegen, das, das bezweifle ich. Was schaden Sie eigentlich gegen Frau Koch? Ich würde sagen, prima. Kamelhaft. Eine Frau, die so einen tischigen Mann mit dem Sep davonläuft, an der kann doch Janis dran sein. Und falsche Haare hat sie auch. Und falsche Haare hat sie auch. Auweia, ihr könnt vielleicht aussehen. Was haben sie denn nun wieder angestellt? Aber Doktor! Da sehen Sie Ihr Auto, das ist schon wieder fertig. Die Rosen, das verwildert hier alles inzwischen. Frau Obermann, was ist der Doktor eigentlich für ein Mensch? Ja, das müssten Sie ja inzwischen gemerkt haben. Zu gutmütig ist er und das wird ausgenutzt. Dabei ist das ein Genie. Sieht ja kaum alles. Aber mit drei Problemen wird er nicht fertig. Mit dem Sport, mit der Liebe und mit sich selber. Na, Auskunft erschöpfen? Ja sicher, ich glaub schon, danke. Jedenfalls so einen feinen Menschen wie den findet man so schnell nicht mehr. Hallo Doktor! Doktor! Besucht ihr sie? Bei dem Krach, da kann er ja auch nicht hören. Moment, ich geh mal hin. Doktor! Das haben Sie ja wieder hingekriegt. Also wissen Sie? Nee! Weine Rei! Wir sind doch hier keine Reparaturwerkstatt. Was sind wir denn überhaupt hier? Und alles wegen Sonne! Wie succeed. Wir sind direkt für uns so lange nur an, wir gehen. Musik 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 Vielen Dank.